Bova Komfortsystem. Absolute Sicherheit durch Funktechnologie für Anwendung, Qualität und Prozesse. 27 Prozent der eingesetzten elektrochirurgischen Instrumente sind mangelhaft und bergen ein Anwendungsrisiko. 34 Prozent der Vorfälle mit Medizinprodukten, bei denen Menschen geschädigt werden, sind auf mangelnde Gebrauchstauglichkeit wie zum Beispiel Fehleinstellung von Geräten zurückzuführen. In der Elektrochirurgie wird ja mit hochfrequenten Strömen gearbeitet. Aber ich kann es zu einem Isolationsbruch am HF-chirurgischen Instrument kommen und dies zu einer Gefährdungssituation für den Patienten und Anwender führen. Unfälle mit defekten Kabeln bis hin zu kleinen Explosionen oder Kurzschlüssen, dass es eben sehr selten vorkommt, aber defekte Kabel, das ist quasi unser Alltagsgeschäft. Große Komplikationen habe ich leider Gottes zweimal erleben müssen. Bei diesen Komplikationen kam es dazu, dass ein Gerät selber anfing zu rauchen und bei dem anderen Mal kam es zu einem Funkenschlag am Kabel selber. Der Gesetzgeber verpflichtet jeden AF-Instrumentenhersteller dazu, die maximal zulässige Zyklusanzahl jedes Instruments vorzugeben. Das Überschreiten der Zykluszahl kann dazu führen, dass elektrische Gefährdungen auftreten und es dann zu klinischen Verzögerungen kommt. Instrumente, die defekt angereicht werden, da ist immer so die Frage, woran liegt es? Da wird erstmal durchprobiert. Man hat zwei bipolare Instrumente, dann wird das eine gegen das andere ausgetauscht und da hat man einen immensen Zeitverlust, dann hat man auch einen Verlust an Ressourcen und Konzentrationsverlust. Da ist es ein großes Bedürfnis unsererseits, sowohl die Sicherheitsaspekte zu verbessern, um einfach Barrieren einzubauen, die uns mehr Sicherheit für unsere Patienten liefern. Auf der anderen Seite eben aber auch Innovation genau an der Stelle, wo wir Zeitersparnis haben und wo wir eben auch unsere operative Konzentration auf höchstem Level halten können. Bova hat sich dieser Herausforderung gestellt. Mit der Komfortfunktion in seinen HF-Generatoren bietet Bova eine optimale Lösung für den gesamten Prozess rund um die HF-Chirurgie. Insgesamt verwenden wir den HF-Generator von Bova für jede Operation als leistungsstarken Generator und können an diesen eben verschiedene Ligationsinstrumente direkt anschließen. Direkt beim Anstecken schaltet sich das Gerät auf den entsprechenden Modus automatisch ein, Umstellen, Einstellen entfällt. Plug and Play, dass es nur an einer Stelle passt, damit eine Grundeinstellung, die verhindern soll, dass wir eine Überapplikation, Unterapplikation haben. Das Bova Komfortsystem bietet maximale Anwendersicherheit für den Operateur. Durch moderne AF-ID-Technologie werden automatisch die richtigen Parameter eingestellt. Das Gerät ist sofort einsatzbereit. Plug and Card-Technologie prüft die Einstellungen und macht damit das Arbeiten im OP effizient, einfach und sicher. Dadurch, dass wir weniger Zeit intraoperativ damit verschwenden, die passenden Einstellungen zu finden, haben wir weniger OP-Minuten, die unnötig verstreichen und wir wissen alle, dass OP-Minuten teuer sind. Der Vorteil für den Patienten liegt auf der Hand. Weniger OP-Zeit heißt weniger Narkose, heißt möglicherweise ein besseres Outcome. Die Sicherheit im OP kann nur durch Qualitätssicherung in der Aufbereitung gewährleistet werden. Wir haben vorher eben halt das Problem gehabt, dass ich keine hundertprozentige Gewährleistung geben konnte. Wie oft ist es jetzt wirklich sterilisiert worden oder wie oft ist es im OP oben benutzt worden. Die Anwendungszyklen oder Sterilisationszyklen zu überwachen können eine große Herausforderung sein für die Klinik. Hier hilft das Bova Komfortsystem. Es zeigt die verbleibenden Zykluszahlen und sorgt dabei auf einfache und sichere Weise für die Funktion im OP. Alle Einsätze des Instruments werden im integrierten AFID-Chip automatisch gespeichert. Die Bova Komfortbox liest den Chip aus und gewährleistet so eine lückenlose Dokumentation und die Einhaltung der maximalen Anwendungszyklen. Jetzt durch mein Bova-Testgerät habe ich die Möglichkeit, dass ich jedes Kabel einzeln testen kann. Der AFID-Chip in jedem Bova Komfortstecker speichert die Einsätze im OP. Dies gewährleistet eine automatische Überwachung und Einhaltung der maximalen Verwendungen des Instruments. Mit dem Bova Komfortsystem wird die Prozesssicherheit für weitere OP-Anwendungen optimiert. Die einfache Plug-and-Play-Funktion garantiert immer die richtigen Parametereinstellungen des Instruments. Dank des effizienten Workflows des Bova Komfortsystems werden die Abläufe der AF-Chirurgie einfach sicher.